Letztendlich können wir auch die ganze Zeit wieder rein und raus gehen und die retten. Das ist ja der Witz daran. Oh fuck, da sind Bambangs. Man kann nämlich alle sämtlichen Monster hier irgendwie umgehen und das werde ich mir jetzt zunutze machen. Und deswegen machen wir hier das Türchen noch auf. Was ist denn, hier ist keiner drin, dann kommt gleich der Bambang schon. Na, das kriegen wir hin. Ordentlich. Was ist das denn? Oh, meine Vitalität ist in Christe. Traum, du siehst mich nicht. Du willst mich nicht sehen. Oh Gott. Habe ich mich jetzt erschrocken. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Nicht so wie die Bambangs von gerade. Zumal die auch mehr Schaden machen. Anscheinend. Aua. Du hielst dich nicht hoch, Mann, kleiner Bambang. Du hielst dich nicht hoch. Ah, aber der Doppelkick, den wir als letztes geskillt haben, der, äh... Wow, krass. Wir haben es einfach alleine getötet und 1400 XP bekommen. Der, ähm... Der, ähm... Was wollte ich denn jetzt dazu sagen? Verdammt! Der, ähm... Der gibt es nicht wie... Also... Hä? Jetzt... Verdammt, ey. Ich bin manchmal so... Oh, verwirrt. Dass ich einfach ständig vergesse, was ich sagen wollte. So, und jetzt würde ich sagen, wir gehen wieder raus, weil ich habe keinen Bock, diesen großen Bambang, Bonbon zu töten. Und dann haben wir das ja gleich schon. Jetzt gehen wir wieder raus, um dann wieder reinzugehen. Und jetzt müssen wir ja nur noch zwei Figuren retten. Die haben wir ja ange... Genau, die kriegen wir ja gezählt. Und dann ist das auch in Ordnung. So. Ich muss mal eben meine Lippen befeuchten, weil ich bin ja immer so eine, äh, Lippenkauerin. Und ich probiere mal das momentan mit... Zeh' ich tausenden Lippenstiften irgendwie abzugewinnen, weil es das auch nicht schön ist. Es ist auch sehr schmerzhaft, um ehrlich zu sein, wenn sich die, äh, Haut von den Lippen die ganze Zeit abzureißen. Aber das ist bei mir... Meine Lippen trocknen sehr schnell aus. Ich habe da irgendwie gar keine Fette, keine Lipide oder was weiß ich nicht. Und, äh, dementsprechend... Funktioniert das nicht so bei mir. Und deswegen, äh... Wurde ich jetzt verdonnert, permanent Labello mir aufzutragen. Es ist auch wirklich... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das heute den ganzen Tag gemacht. Ich habe mir nicht einmal bis jetzt die Haut abgezogen, was auch gar nicht so ausgetrocknet ist. Was echt wow ist. Das hätte ich gar nicht so erwartet, sagen wir es mal so. So, ob wir den Hebel hier betätigen. Aber das... Ich finde es super ätzend, weil ich kriege diesen Geschmack von den Labellos auch die ganze Zeit in den Mund. Und es ist einfach nicht lecker. Es ist einfach nicht lecker. So. So. Ja, schön. Das ist der eine Skill. Hallo, ich drücke die ganze Zeit frei und sie macht es einfach nicht. Nein! Healend ist untersagt. Das ist ebenfalls untersagt. Das ist auch untersagt. Was auch? Yay! Geblockt! Nein! Er hat sich gehealed! Ich heele mich jetzt auch einmal, aber nicht, um eigentlich um Stamina zurückzuerhalten. Ich finde, ein Assassino braucht ganz schön viel Stamina. Habe ich das so... Den Eindruck. Ah, nochmal 1400. Boah! Mal eben so. Und ein Baitium bekommen. Mein Gott. Und nochmal die, ähm... nochmal die Truhe looten, aber da ist irgendwie nichts Spannendes drin. Und jetzt können wir noch einen Typen retten. Den zweiten können wir leider dann nicht mehr retten, weil dann ist die Quest auch beendet. Hehehe. Hehehe. So, und damit... Ja, tut mir leid, junger Mann. Ich muss dich leider in den Ranken lassen. Wir können übrigens die Quest dann auch, äh, rauswerfen. Genau die hier. So. Jetzt haben wir ja die eine. Wo ist die denn? Hier. Die haben wir fertig. Die geben wir jetzt ab. Und dann mache ich auch erstmal Pause. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir wieder ein bisschen, äh, Katakomben gucken, dass wir da reinkommen und dass wir da unsere Rüstung sammeln können. Das freut... Auch dann bald Level 19 werden, damit wir auch unseren neuen Deutsch, den wir jetzt schön im Inventar liegen haben, nutzen können. Ja. Die Bonbons vielleicht ein... Was ist das überhaupt hier? Och, Dreck, okay. Na gut, Dreck. Alles nur Dreck. So. Okay. Ich werde wahrscheinlich beim nächsten Mal eh wieder einen Ingen anfangen, weil ich die Daily ja von Olivers die ganze Zeit mitmache. Ich würde mich, äh, an dieser Stelle von euch verabschieden. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder Raiders spiele. Und bis dahin, haut raus! Willkommen zurück zu Let's Play Raiders. Was? Wir sind immer noch hier mit meinem Level 18er Assassine. Und... Ja, wir müssen mal gucken, ob wir, äh... Wir müssen mal gucken, ob wir... Weiter unsere... Ob wir, hä? Ob wir unsere Quests weiter... ...kriegen bekommen. So. Jetzt hab ich's. Du hast eine hässliche Maske in der Fresse. Ich habe derweil übrigens hier diese Sachen einmal, ähm, umgetauscht. Ja, und ich habe rausgefunden, ich habe immer das falsche Paket bekommen, weil der Kuchen ist wie geil, aber der einfach... Er... 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 Erhöht einfach unsere XP und auch unsere Drop Rate. Deswegen. Also, wir gucken einfach mal, ob eine Gruppe für... Hm, nein. Hat jemand Lust auf Kater? So. Wir gehen schon mal nach Heroes Lane. Are you greedy? Yes, I am! Mir ist was aufgefallen. Ich brauche... Oh, und wir nehmen mal wieder ein paar Kürbisse mit. Das habe ich beim letzten Mal... ...weniger gemacht. Sorry. Hä? Ich hab meine Mini-Map ausgemacht. Hä? Mir ist was aufgefallen. Ich renne hier rum. Wesse, wesse. So, ich invite jetzt Epsu einmal und... Oh, ich hab mich verschrieben. Hehe. Ah, Whisper Epsu. Hey. Hey. Invite me. Cool. So. Äh, ja. Jetzt haben wir eine Gruppe mit zwei Leuten. Schön. Ich krieg die ganze Zeit die falsche Taste. Entschuldigung. Äh. Du sterne Finde. Nein. Das ist ja wirklich so ein LOL-Moment einfach. Nein. Äh. Ach, eigentlich können wir... Ich bin ein bisschen verwirrt gerade über das, was ich überhaupt selbst mache. So, ich nehme jetzt einfach mal die Hilfe meines Gilden-Mitglieds an. Es ist ein Level 40er Defender. Der begleitet mich auch schon ganz lange im Spiel. Seit ich mit Hummel angefangen habe auf den amerikanischen... ...Servas zu spielen. Äh. Ich habe es auch aufgegeben. Ich habe es auch aufgegeben. Ich renne hier irgendwie voll... Ich habe es auch aufgegeben. So ist die Gruppe eigentlich, äh... Ja. Sie ist sogar... Nein. 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 werden wir auch schön noch gleich einen schönen Kuchen essen, damit wir unsere XP-Rate erhöhen und auch unsere Drop-Rate. Oh, das machen wir schon mal bevor. Orange Cake. Und das dauert sogar eine Stunde. Und da möchte jemand eingeladen werden. So. Hm. Wo ist meine Party? Bei Ö. 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 Przybär Ö. Das war's für heute. Entschuldigung, wenn ich gerade nicht so rede, wir machen dir einfach so ein bisschen Spaß mit Sachen. Das ist so ein geiler Sprung. Das ist so ein geiler Sprung, auf jeden Fall. Es sind halt ein paar Sachen, lustige Sachen passiert. Oh, das gibt auch noch richtig schön... Wo sind denn die alle? Milano und der ist... So, wir gehen jetzt einfach schon mal in die Instanz hinein. Ende der Diskussion. Jetzt meinte Rimo, er vermisst den Salto beim Sprung, aber der existiert doch noch. So geil. Ach ja, das ist immer so vor der Vorbereitung von Instanzen, da muss man immer so länger warten, bis alle da sind. Hoffentlich kriege ich meine Rüstung heute fertig. Breakdance. Ich freue mich wieder auf die Fähigkeit, Breakdance zu erlernen. So, auf wen warten wir jetzt noch? Ich weiß es gar nicht. Auf... So, man kann aber auch andere Dance machen, als nur. Ähm... Ne? Disco... Wir machen... Ich demonstriere jetzt einmal Disco und Fundance. Das ist nämlich beides einfach nur scheiße. Halt neun. Das ist Disco übrigens. Und der Fundance ist dann... Das soll der Fundance sein für einfach beides. Das ist einfach nur so, what the fuck. Boah, ist ja wirklich schon bald Weihnachten. Ach, du willst erst direkt... Das Problem ist, ich habe jetzt nur hinter mir ein paar Mobs. Das war nicht so intelligent. Das war jetzt nicht so intelligent, aber ich wollte auch mal was machen. Ups. Naja, passiert. Die werden mich schon nicht stören. Uuuh. Ich dodge einfach alles. Irgendwer ist gerade... Ach, der andere Assassine ist Level 18 geworden. Congratulations! Plus 18. Loah, wie lustig das aussieht. Das steht jetzt in Klammern noch dahinter, wie viel zusätzlich XP ich bekommen habe. GZ. Oh. F. GZ für Gratz. Und Gratz ist einfach nur die Abkürzung von Congratulations. Wie kann man Jays Namen klauen? Das denn. Das läuft ein bisschen unkoordinierter. So. So. Wir haben es bald. Wie lange das dauern würde, wenn wir keine beachten, aber wir hätten meine Fresse. Alter Schwede. Wie lange das dauern würde. Wie lange das dauern würde. Der pultig so viel. Das ist so geil. Wuh. Oh mein Gott, voll ausgedodged. Ja, wenn man jetzt mal Pushback anhätte. Naja, wir haben ja noch ein Rescue. Vor allem, ich verstehe gar nicht, wieso ich Agro hatte. Das ging gar nicht. Wuhuhu. Aber wenigstens geht der Kuchen nicht verloren. Wow. Ja, das ist halt, das Problem ist natürlich, das muss man auch mal so sehen, dass ein Defender nicht so viel Crowd Control hat wie ein Magier. Vielen Dank.